herzlich willkommen beim mediale energetik treff ich bin oliver ernie energetiker und astrologer aus dem wunderschönen linds und es freut mich dass du heute eingeschaltet hast heute geht es ein bisschen um ein unangenehmes thema nämlich das thema scheitern und manche leute haben ja ganz oft das gefühl zu scheitern und tragen dann auch diesen diesen scheinbaren ich sage mal diese scheinbare niederlage ganz lange mit sich herum und kommen können sich gar nicht mehr holen und gehen dann gewisse themen gar nicht mehr an ich erlebe das zum beispiel ganz auf den in den themen partnerschaft also ich habe ganz viele klientinnen auch und auch klienten die halt ein paar gescheiterte beziehungen hinter sich haben die da halt ein paar mal enttäuscht wurden und die dann aus 23 enttäuschungen sagen mir passiert immer dasselbe ich werde immer enttäuscht und die dann gar nicht mehr versuchen sich zu öffnen einem partner oder einer partnerin gegenüber und die konsequenz ist dann natürlich auf der einen seite diese tiefe sehnsucht jemanden zu finden der einen liebt und auf der anderen seite natürlich diese diese massive angst wieder enttäuscht zu werden und dann wieder nur zu scheitern und die sehen dann oft auch nur mehr das scheitern und das ist jetzt nicht nur bei beziehungen so da lerne ich es sehr oft kennen ich habe es auch im beruflichen kontext oder natürlich auch privat wenn man sich was vornimmt man setzt sich ein ziel und erreicht es nicht und hat dann das gefühl man scheitert daran aber mit jedem neuen versuch gewinnt man mehr erfahrungen und wird man eigentlich auch trotzdem man kommt näher dem ziel zu und auf einmal hat man dann wenn man dran bleibt nämlich und das ist der witz hat man dann so ein plateau erreicht wo man dann sagen kann auf einmal geht es leichter und mit jedem versuch bekommt man wie gesagt mehr erfahrungen und irgendwann kann sich das dann auch umsetzen das was man dann auch gelernt hat und fügt sich das alles zu einem gesamtbild und am ende ergibt es immer sinn am ende ergibt jedes leiden jede gescheiterte beziehung jedes drama einen sinn weil man sagt okay sonst wäre ich heute nicht die person die ich heute bin aber man sollte halt nicht dann in diesem eben in diesem gefühl ich habe versagt ich bin gescheitert wenn du in dem hängen bleibst ist es ganz ganz schwierig da frischen wind rein zu bekommen und das ist dann oft das drama das ich eben bei den sitzungen auch sehr deshalb geht es heute darum mal dem scheitern ein bisschen einen anderen kontext zu geben während dieser meditation auch mal zu versuchen da ein bisschen klarer zu werden und vor allem ein bisschen mehr sich selbst zu vertrauen und dann auf einer anderen eben noch dem leben zu vertrauen das ist das leben gut mit dir mein und dass du dadurch dann auch eigentlich einen ich nenne es mal liebesdienst erfährst auch wenn du auf der oberflächlichen ebene scheiterst gut dann starten wir gleich mal mit der heutigen übung und wir werden jetzt nicht verhindern und das ist noch mal ganz wichtig nicht verhindern dass du scheitern wirst sondern wir werden den ansatz verhindern dass du an deinem scheitern leidest also den leidensdruck auch lösen weil alles wird nie funktionieren egal wie gut wir uns versichern so ist es so sind wir nicht ausgelegt gut dann schließt bitte mal deine augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und mit jedem atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter und wir beginnen jetzt mit einem strahlenden grünen licht denk an das licht eines maragts ein dunkelgrünes licht wie das licht eines die farbe eines malachids ein dunkles sattes grün dieses grüne licht weitet sich jetzt mal von deinem solarplexus aus durch dein ganzes system aus fließt jetzt also in den solarplexus rein also deine bauch magen gegend fließt durch deinen körper in deinen körper hinein und verteilt sich in jeder zelle und dieses licht ist frieden und zufrieden hat frieden und zufrieden hat und es ist ein dunkles grün deshalb weil in diesem frieden in dieser zufriedenheit auch immer ein bisschen schwere steckt denn das leben ist nicht einfärbig das leben hat viele facetten aber man kann es auch auf dualität herunterbrechen das heißt alles was mir frieden bringt hatte vielleicht einmal vorher mit abschied mit scheitern mit trauer zu tun und wichtig ist jetzt mal dass du wahrnehmen kannst dass dieses scheitern diese trauer nichts ist was gegen dich persönlich gerichtet ist jeder verlust jeder schmerz jedes scheitern jedes scheitern ist nicht persönlich gegen dich gerichtet alles was existiert und alles was dir begegnet ist aus der höchsten liebe geschaffen und nun geht es darum diesen dunklen teil des grüns dieses dunkle schwere was vielleicht auch manchmal als karmische last was steckt hinter der dunkelheit was steckt hinter der schwere was steckt hinter dem scheitern und was steckt hinter der trauer und wir nehmen jetzt mal die erste schicht dieser dunkelheit aus deinem energiefeld raus und schauen mal und hinter dieser dunkelheit ist ein blaues licht vielleicht ein dunkleres blau vielleicht ein helleres blaues und das ist die energie von erzengel michael der dich dazu einlädt dinge loszulassen abzutrennen und zu lösen also hinter dem scheitern ist die erlösung die erlösung von falschen vorstellungen von einer gewissen unsicherheit womöglich von einer gewissen verbissenheit auch nochmal und hinter diesem scheitern ist einmal lösung und erlösung es ist also das scheitern nicht dazu gedacht dich anzuketten dich zu binden sondern dich zu erlösen und hinter der lösung schauen wir weiter durch dieses blaue licht hindurch von erzengel michael steht liebe ein wärmendes gütiges verständnisvolles rosarotes licht und hinter der liebe steht das ewige leuchten des göttlichen und dieses ewige licht wie eine strahlende sonne das strahlendste licht das du dir vorstellen kannst das scheint das scheint jetzt auf die stellen in dir wo du das gefühl hast gescheitert zu sein und wo du das gefühl hast festzustecken wo du das gefühl hast dass da keine energie mehr hinfließen kann und dort fließt und dort fließt jetzt dieses ewige licht hinein und du spürst dass du ruhiger wirst dass du freier wirst und du spürst dass du frei von diesem gefühl zu scheitern bist dass du immer leichter wirst und dass es nicht darum geht zu lernen wie in der schule und benotet zu werden sondern dass es um einen tanz geht um einen lebens tanz um den rhythmus des lebens das mal auf und mal abgeht und diesen rhythmus des lebens diesen fluss des lebens kannst du nicht beeinflussen oder stoppen also ist das scheitern eigentlich ein teil des spiels es ist wie beim mensch ärgere dich nicht wenn du mal nicht gewinnst es ist ein spiel es ist ein klitzekleiner augenblick und das alles darf jetzt abfließen und du kannst jetzt frei werden frei auf dieser ebene wo vorher das scheitern gesteckt ist neuen mut zu fassen wo du vielleicht in dinge investiert hast die dir nicht aufgegangen sind einen neustart zu schaffen wo du merkst in deinem tiefsten kern bist du heil und unverletzt und diesen unverletzten anteil lässt du jetzt alle teil aspekte deines lebens inspirieren und du spürst dass du frei bist dass du klar bist dass du klar bist und dass dein leben ohne scheitern gedacht ist denn du kannst gar nicht scheitern weil du stets unendlich geliebt bist unendlich geborgen bist und in deiner gesamtheit bereits im ewigen licht stehst und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und du bedankst dich jetzt bei deinem inneren licht du spürst die leichtigkeit die jetzt durch dich fließt und du kommst jetzt in deinem tempo wieder ins hier und jetzt in diesen raum in dieser zeit zurück streckst dich durch bewegst deine arme und beine öffnest deine augen und kommst jetzt ganz ins hier und jetzt diese zeit diesen raum zurück und fühlst dich klar entspannt und voller zufriedenheit ja das war jetzt mal so eine reise mit inputs zum thema scheitern wenn es dir gefallen hat lass mir einen daumen hoch da teile das video abonniere meinen kanal wenn du irgendwelche erfahrungen hast mit dem scheitern oder vielleicht auch tipps wie du mit dem scheitern umgehst dann schreib es mir in die kommentare ich bin gespannt drauf wenn du themen für meditationen hast schreib es mir auch rein oder wunschthemen die ich in dem video bearbeiten soll das mache ich gerne ich wünsche dir eine gute zeit alles gute dein oliver erney tschüss gut ich schreib es nicht ja ich Untertitelung des ZDF, 2020